Hallo und herzlich willkommen meine lieben Aktienfreunde. Wir durchleben gerade stimmische Zeiten, nicht nur an der Börse, auch in unserem Alltag. Es drängen sich ja gerade zu Fragen auf, wie es weitergeht mit dem Coronavirus-Ausbruch, wie es weitergeht mit der Weltwirtschaft und die vielleicht drängendste Frage von allen, ob es im Supermarkt nebenan noch Klopapier gibt. Ich würde die letzte Frage kann ich nicht beantworten, aber ich kann euch ein bisschen unterstützen oder versuchen mit an die Hand zu nehmen, den ein oder anderen klugen Ratschlag, vielleicht kluge Ratschlag euch zu geben, wie ihr hier durch die Börse navigieren könnt. In meinem letzten Video hatte ich Aktien kategorisiert ein bisschen, um euch da mal zu sensibilisieren, was für Arten von Aktien es gibt, worauf ihr achten müsst, welche dieser Kategorien von Aktien meiner Meinung nach für Investoren, und ich hoffe, du bist ein Investor, anderen richtet sich an dich das Video, geeignet sind. Das kam auch sehr gut an und ich verlinke das Video gerne. Diesem Video wird es ein bisschen persönlicher, das heißt, da gebe ich dir Einblicke in mein eigenes Depot, wie ich diesen Börsensturm versuche zu überstehen. Und ich habe auch schon einen Fehler gemacht, den zeige ich hier dann auch. Das heißt, ich habe auch schon nachgekauft und dann würde ich einfach mal sagen, es geht los. Mit meiner Vorstellung aber ja zunächst. Mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Und ja, hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und wenn du lange an der Börse bist, dann wird es sich nicht verhindern lassen, dass du den ein oder anderen Börsensturm durchsegeln musst. Für mich ist es jetzt der dritte, nach der Dotcom-Krise, nach der Finanzkrise, dann jetzt die, hat sie schon einen Namen, diese Krise, der Corona-Crash, die Corona-Krise oder wie auch immer. Also der dritte Sturm. Und mal gucken, wann er vorbei ist, kann keiner so genau sagen. Nur, was er eingesetzt hat, das wissen wir bereits. Auch noch wichtig an dieser Stelle tatsächlich mal hier der Disclaimer. Also mit Aktien kannst du Geld verlieren. Und auch wenn ich dir jetzt konkret zeige, was ich beispielsweise nachgekauft habe, ist es überhaupt keine Anlageberatung und keine Aktienempfehlung. Du musst dir selbst Gedanken machen, welche Aktien in dein Depot passen, welche Aktien deiner Anlagestrategie entsprechend passen, welche Risikoneignung du hast und so weiter. Also hier ganz vorsichtig sein mit deinem Geld, besonders momentan in den stürmischen Zeiten. Dann gebe ich dir erstmal Einblicke in mein Depot, beziehungsweise in meine Depot-Performance langfristig gesehen. Und zwar ist es so, dass im letzten Jahr, das ist ja sehr gut gelaufen, da habe ich mich über eine Rendite freuen können, von 33,2% in Euro umgerechnet. Und konnte damit dann auch gewisse Benchmarks, das ist jetzt von Linksbroker, wo der Hauptteil meines Depot-Volumens liegt, bei Consorce. Da habe ich insbesondere die Sparpläne eingerichtet. Und kleinere Position noch, wo der Hauptteil, der liegt bei Linksbroker. Unter anderem deshalb, weil ich eben Aktienoptionen verkaufe. Und das ist also gut gelaufen, das letzte Jahr. Und da konnte ich dann auch den Vergleichsindex schlagen, wenigstens in Euro. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, der Euro-Dollar, der lief so seitwärts in 2019. Und dann habe ich noch hier zwei Vergleichs-ETFs, die außerhalb der USA investieren in internationale große Aktienunternehmen. Und ja, da konnte ich dann auch dran vorbeiziehen. Und dann gehen wir mal zum aktuellen Jahr. Das hat sehr gut angefangen mit Renditen bis zu 11%. Aber es hat mich jetzt dann eben auch erwischt. Und momentan liegt mein Depot aufs Jahr betrachtet 11,7%. Also vom 1. Januar aus betrachtet in den Miesen. Der S&P 500, der liegt bei knapp 17% in den Miesen. Und die deutschen Indizes beispielsweise noch deutlich mehr. Also nicht ganz so schlimm. Hier kommt mir entgegen, dass ich noch relativ viel Geld quasi auf der Kante, auf der hohen Kante hatte, schon auch seit dem Jahr 2019. Das habe ich immer so ein bisschen mitgeschleppt. Dann der Performance gezerrt, den ganzen Zeitraum lang, wo es nach oben ging, wo die Aktienmärkte nach oben gingen. Jetzt kommt mir das zugute. Und ich habe schon einen Teil des Geldes investiert in Aktien, um mein Depot entsprechend so auszurichten, also langfristig auszurichten und etwas umzujustieren, was die Branchen angeht. Das heißt insbesondere, das will ich Ihnen noch zeigen, habe ich die Technologiebranchen etwas höher gewichtet. Das ist hier auf der Seite wachstumswerte.net, mein gesamtes Portfolio. Das ist aber nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Das ist also mein komplettes Depot. Und da sind auch die zwei, drei Aktien drin, die ich noch bei der Consorzbank habe. Beispielsweise Novo Nordisk und Coloplast. Das sind die großen Positionen. Die habe ich noch bei der Consorzbank liegen. Der ganze Rest ist bei Lynx Broker. Und du siehst hier den Technologiebereich, das ist das hier. Und der ist jetzt mit 33 Prozent, also mit einem Drittel gewichtet. Und da sind jetzt auch schon die Nachkäufe drin, die ich letzte Woche getätigt habe. Das meiste davon am Donnerstag, da gehe ich dann auch noch gleich drauf ein. Was ich nachgekauft habe, war Wirecard, habe ich eine neue Position aufgemacht. Facebook ist eine neue Position. Und nachgekauft tatsächlich habe ich Amazon, weil hier unten gibt es schon eine Amazon-Position. Jetzt gibt es nochmal eine Amazon-Position. Das ist meine größte Technologie-Position vor Microsoft und dann Alibaba. Aber wenn du sonst so das Depot noch anschaust, das ist im Prinzip teilweise historisch gewachsen. Ich bin ja schon länger Aktionär. Und da sind sogar noch die ein oder anderen Aktien drin, die steuerfrei sind. Das heißt, wenn ich die verkaufe, muss ich keine Steuern bezahlen auf die Kursgewinne, zum Beispiel 3M. Deshalb habe ich die Aktie halt noch, weil ich auch die Steuerfreiheit nicht aufgeben möchte. Andere Aktien wiederum sind nicht steuerfrei. Aber die habe ich trotzdem sehr lange, wie hier Tabak. Also mit 7,7 Prozent sehr viel Tabak. Das würde ich heute so nicht mehr machen. Aber obwohl die Aktien, da geht es mal weg hier, der Tooltipp. Obwohl die Aktien so stark gefallen sind, Tabak-Aktien jetzt in den letzten mehr als Monaten schon, mittlerweile schon ein, zwei Jahre, sind halt immer noch mit deutlich mehr als 100 Prozent im Plus. Und deshalb behalte ich die eben. Das heißt, so Aktien wie 3M und die beiden Tabak-Werte hier, aber auch Unilever sind schon sehr alt. Die werde ich quasi bis zum St. Nimmerleins-Tag so mehr oder weniger mittragen, wahrscheinlich vererben. Sind auch keine ganz schlechten Unternehmen, wie ich finde hier. Teilweise haben die ja sogar ins Standard-Depot-Einzug gefunden. Also Unilever ist ja auch im Standard-Depot drin. Schon dort konservative Dividenden-Aktien. Und das ist auch in Ordnung. Ein bisschen ausgebaut habe ich, wie gesagt, hier den Technologie-Bereich, weil der kam etwas zu kurz. Hat auch mit Aktienoptionen zu tun, dass wir auch das eine oder andere weggeholzt wurden. Was ich mir dann auch noch vorstellen kann, auszubauen, das ist jetzt hier ein bisschen der Finanzbereich hier. Und hier tatsächlich auch Konsum, also der zyklische Konsum. Also beispielsweise auch Tesla Motors drin und TJX. Die Tool-Tipps sind hier sehr hartnäckig momentan. Irgendwie keine Lust wegzugehen. Und da ist auch iRobot drin, als relativ aggressive Position. Ja, so sieht es insgesamt aus. Aber auch relativ viel Gesundheit, wie du hier siehst. Viele Dehen, Koloblasten, Monolisk und so weiter. Das ist also mein Depot. Und es spielt sich die Action, letzte Woche spiele sich die Action hier ab, in dem Technologie-Bereich. Wobei hier auch nochmal interessant ist, vielleicht für dich. Ich setze also viel auf Software-nahe Unternehmen, weniger auf Technologie im Hardware-Bereich. Also hier kein Intel, Texas Instruments oder so weiter drin. Weil ich ein großer Fan von Software bin. Ich schreibe ja selber Software und ich weiß, wie gut die skaliert. Und das ist schon eine gute Sache, wenn das skalieren kann, weil es eben funktioniert und weil es ein Marktdiffel gibt. Und ich denke, das ist bei den Unternehmen hier der Fall. Dann gehen wir mal in den Aktienfinder rein. Und dann zeige ich dir mal, was ich so getan habe, letzten Monat, welche Aktien ich gekauft habe. Das waren also Amazon, Wirecard und Facebook gewesen. Bei Amazon sind also Aktien, die nicht, doch teilweise auch stark gefallen sind. Wir gucken es uns gleich mal an. Das habe ich, glaube ich, in einer anderen Watchlist drin. Nämlich hier bei Beobachten. Da sind auch noch ein paar andere Aktien drin, wo ich mal wissen möchte, wie die weiterlaufen. Ich gehe ja nicht davon aus, dass der Markt sich jetzt dauerhaft beruhigt, sondern dass er sehr volatil bleibt, weil der Coronavirus ja jetzt tatsächlich zu ganz offensichtlichen Einschränkungen führt. Sowohl im täglichen Leben, als auch in der Wirtschaft. Das heißt, wir haben vermutlich noch nicht das Gröbste überstanden. Also trotzdem habe ich ja schon das ein oder andere nachgekauft. Hier beispielsweise bei Amazon. Und Amazon ist ja jetzt ein Unternehmen, das auch profitiert tatsächlich. Also der Online-Handel profitiert ja auch von dem Coronavirus. Die Leute kaufen jetzt lieber online ein, wenn sie denn online die Ware bekommen, als im stationären Einzelhandel. Und Amazon macht halt nach wie vor 70% rund des Umsatzes im Online-Handel. Und sie haben auch stationären Handel, stationärer Handel, aber das ist mit 6% relativ schwach ausgeprägt. Und der Rest am Amazon AWS und diese Abo-Services, diese Premium-Services, Amazon Prime und so weiter, die laufen ja auch weiter, könnten theoretisch sogar ebenfalls davon profitieren, wenn die Leute lieber vor dem Fernseher sitzen, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehe ich da jetzt kurzfristig sogar eher leichte Tendenzen hin, dass Amazon von der aktuellen Situation profitiert. Wenn du dir hier das Unternehmen mal anschaust, weil eine wichtige Frage ist ja wahrscheinlich, die du dir stellen kannst, ist, ob ich nicht schon zu früh kaufe und ob ich in Tranchen kaufe und so weiter. Da habe ich jetzt schon mal zugelangt, was jetzt Amazon angeht und die drei anderen Aktien, da werde ich jetzt keine Nachkäufe mehr tätigen. Bei Facebook sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, darauf komme ich noch. Wenn ich jetzt dann weiterhin kaufen sollte in den weiterhin fallenden Markt, dann werden es andere Positionen sein. Bei Amazon, das siehst du, wenn wir mal kurz auf die Bewertung gehen, da ist mir eigentlich das Wichtigste, dass langfristig gedacht, ich die richtigen Aktien kaufe, mit denen ich dann auch eine entsprechende Rendite erzielen kann. Amazon bewertet man ja am besten anhand des operativen Cashflows. Und du siehst hier, dass es relativ schön passt auch. Man sieht ja schön die Überbewertung, die sich mal aufgebaut hat, bis zum August, September 2018. Danach dann wieder hier etwas volatile seitwärtsbewegungen. Und momentan, wenn ich hier auch näher reinzoome, siehst du, dass wir im Prinzip nach dem jüngsten Kursrückgang relativ nah am fernen Wert sind, sehr nah sogar. Ich habe die Aktien gekauft für genau 1.700 US-Dollar. Momentan kosten sie 1.785 US-Dollar. Kann sein, dass es wieder etwas weiter runter geht. Aber die Rendite, längerfristige Rendite hier bis 2022, mit der man theoretisch, sage ich mal, rechnen könnte, jetzt nicht sehr konservativ geschätzt, sondern wirklich so, basierend auf den durchschnittlichen Bewertungen der Vergangenheit liege dann bei 24,5%, also aufs Jahr. Das wäre dann schon recht ordentlich. Falls die Aktie noch weiter runter geht und man sie billiger kauft, dann wäre es natürlich entsprechend noch höher. Und es kann natürlich genauso gut sein, dass der Aktienkurs nicht wieder hier hoch geht, sondern dass er mal hier in der Unterbewertung eintritt. Was bisher aber relativ selten der Fall gewesen ist. Das wäre eine Aktie, die ich gekauft habe. Die andere Aktie, wie gesagt, Facebook. Du siehst übrigens auch hier, wenn wir uns mal das Ranking angucken, das sind die Aktien, wo ich auch einen Preis-Alarm gesetzt habe. Das heißt, wo ich dann über den Aktienfinder eine E-Mail kriege, wenn der Schlusskurs jeweils erreicht oder unterschritten ist. Und auf die Aktien habe ich mal ein Auge geworfen. Das heißt nicht, dass ich die jetzt alle kaufen werde, aber da habe ich halt ein gewisses Interesse. Und du siehst auch hier, Software-IT ist relativ oft vertreten. Aber auch ein paar andere Aktien, wie Adidas, Nike, American Tower beispielsweise und sogar Realty Income. Und hier noch ein Read Digital Realty Trust, die Rechenzentren betreiben, die im Moment noch relativ teuer sind, wie ich finde. Nun gut, dann haben wir hier also Facebook. Und bei Facebook, wenn du die bewertest, dann am besten ab hier. Alles KGV, vorher war noch relativ hoch. Das ist schon auch, dass die Aktie jetzt schon im Prinzip unterbewertet ist. Die habe ich gekauft für, lass mich mal kurz schauen, 162,33 US-Dollar, haben sie jetzt wieder ein bisschen erholt. Und auch hier könntest du dann mit Renditen rechnen. Gehen wir mal hier hin von 20% aufs Jahr. Und übrigens auch Facebook sehe ich jetzt nicht direkt als Verlierer erst mal, sondern ähnlich wie Amazon als eine Aktie, die von dem Coronavirus profitieren könnte. Es sind oft so ein bisschen gegenläufige Trends. Auf der einen Seite, wenn die Wirtschaft echt einbrechen sollte, dann werden natürlich auch die Werbeeinnahmen von Facebook tendenziell zurückgehen. Auf der anderen Seite, was die Nutzung der sozialen Medien angeht, ob das jetzt WhatsApp, Instagram oder Facebook ist, die werden eher beflügelt durch die momentan auch Unsicherheiten, die wir in der Gesellschaft haben. Erstens, weil es halt diese Unsicherheiten gibt. Das heißt, da gibt es einen Kommunikationsbedarf. Und da man tendenziell den Kommunikationsbedarf jetzt nicht mehr draußen stillt, also in der wirklichen Welt, wo man sich anstecken könnte, dann wird er eben über die sozialen Netzwerke gestillt, sodass dann die Nutzung der diversen Plattformen von Facebook tendenziell eher noch oben gehen sollte. Entsprechend auch die Anzahl der Mitglieder, die jetzt nochmal neu hinzukommen und so weiter. Ja, also Facebook. Und dann hätten wir hier noch Wirecard, die ich mir ins Depot gelegt habe. Zur Wirecard habe ich ja schon sehr viel erzählt. Da habe ich eine ganze Videoreihe gemacht. Denen habe ich ja die Treue gehalten, in dem Konflikt mit der Financial Times. Hat sie aber Verkauf gehabt, auch mit recht anschaulichem Gewinn. Mittlerweile ist aber der Preis wieder doch ganz schön zurückgekommen. Jetzt müssen wir mal gerade schauen, was so die Bewertung angeht. Können wir ein bisschen konservativer machen. Ab hier. Und anhand des Gewinns ist es wahrscheinlich am besten geeignet. Dann siehst du auch hier analog zu Amazon und wahrscheinlich auch Facebook. Habe ich jetzt nicht darauf geachtet. Die Überbewertung hier, die wir hatten, bis so aus dem September 2018 rein. Und dann entsprechend jetzt hier der Abwärtstrend verursacht. Zum einen durch die Financial Times diesen Konflikt, die Vorwürfe. Und dann später jetzt durch Corona. Der Aktienkurs war ja noch kurz, bis vor kurzem bei 140 Euro ungefähr. Und jetzt eben ganz deutlich abgegeben. Sogar momentan ist die Aktie unter 90 Euro. Das ist der Schlusskurs vom Freitag. Kann sein, weil in den USA sich das Ganze ja erholt hat. Die Kurs haben sich erholt, dass dann die Aktie auch anspringt. Weiß ich nicht genau. Werden wir dann sehen. Ich habe mir die Aktien ins Depot gelegt für 92,8 Euro. Also sitze da jetzt auf leichten Verlusten. Wenn du hier mal guckst, mit was für einer Rendite man theoretisch rechnen könnte aufs Jahr, wenn hier 58 Prozent. Sogar wenn es nur die Hälfte wird, fällt es immer noch ganz ordentlich. Habe ich mir also auch ins Depot gelegt. Was ich auch noch mache, also was ich jetzt weiterhin machen werde, das ist, ich beobachte natürlich den Markt weiter. Gucke mir auch noch andere Aktien an. Und hier siehst du, welche Aktien ich insbesondere anschaue. Unter anderem auch Karneval dabei, weil ich es wirklich interessant finde, was da jetzt mit diesen Kreuzfahrtgesellschaften passiert. Insbesondere dem Branchenführer. Ist aber eine hoch riskante Geschichte hier. Insgesamt setze ich jetzt nicht auf die Turnaround-Kandidaten. Ich setze auch so auf die Ölaktien insbesondere oder auf Tourismus, Flughäfen, Flughafentreiber, Gesellschaften und so weiter. Also auf die setze ich nicht. Ich setze hier tatsächlich so eigentlich auf die Gewinner. Auch wenn die Aktien hier mal einen Zeitraum seitwärts oder gerade nach unten laufen, wie Wirecard. Wenn man hier die Gewinnentwicklung anguckt, dann sind es für mich im Prinzip schon so die Gewinneraktien, die stark momentan im Online-Bereich. Auch Wirecard hat ja übrigens auf den Coronavirus reagiert und hat gesagt, wir sehen jetzt erstmal in Teilbereichen Rückgänge, aber in anderen Teilen im Online-Business mehr Zahlungen als sonst. Und sie behalten die Prognose bei. Es klingt kein Grund, warum sie jetzt von der Prognose abrücken sollten. Auch KBG hat übrigens eine Sonderprüfung momentan auf Auftrag von Wirecard gemacht. Und da gab es jetzt auch Teilergebnisse, die aus meiner Sicht positiv ausgefallen sind. Ist aber noch nicht alles in trockenen Tüchern. Also die Prüfung geht noch weiter. Gut, was ich ebenfalls mache, das ist der Verkauf von Aktienoptionen. Das ist eine relativ heiße Kiste, die sicherlich nicht für jeden geeignet ist. Wo mir jetzt auch schon Fehler unterlaufen sind, das möchte ich nicht verschweigen. Und hier kommen sie gleich. Und dann siehst du hier die Aktienoptionen. Momentan sind zwei offen. Eine tatsächlich noch auf Wirecard. Und zwar für 75 Euro will ich noch 200 Stück Wirecard mir ins Depot holen. Also müsste der Aktienkurs nochmal ganz deutlich runtergehen. Es gibt ja relativ fette Prämien hier. 5 Euro für eine Aktie. Also faktisch würde ich mir die Aktien einbuchen lassen für 70 Euro pro Wirecard-Aktie. Das wäre schon historisch günstig. Ich habe aber hier noch eine Option und das war definitiv keine schlaue Idee von mir. Es hat sich auf jeden Fall jetzt so gezeigt, wie der Markt gelaufen ist. Und zwar werde ich wohl noch 200 Facebook nehmen dürfen für 190 US-Dollar. Momentan der Aktienkurs, wie gesagt, bei 170. Das heißt pro Aktie 20 US-Dollar Verlust. 200 mal 20 US-Dollar Verlust sind 4.000 Dollar. Ich darf da nochmal hier 800 Euro Prämien dagegen rechnen, aber trotzdem hier stark in den Miesen. Da war ich wohl, da war ich deutlich zu voreilig und ich habe es also auch nicht kommen sehen, dass der Markt so abschmiert. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber gut, ich bin weit davon entfernt, dass es mein Depot zerlegen würde. Das ist halt einfach nur, sage ich mal, ärgerlich. Ansonsten habe ich auch noch ein paar andere Optionen verkauft, die ich soweit auch hier mit Gewinn schließen konnte, weil wir ja momentan so einen Markt haben, der extrem volatil in beide Richtungen ist. Das heißt, wenn man es gut erwischt, dann ist es so, dass die Märkte gerade nach unten gehen. Die Vola ist extrem hoch und am nächsten Tag drehen sie wieder nach oben. Und wenn man ein bisschen Glück hat, dann kann man die Option auch sehr schnell wieder schließen. Hier noch ein oder zwei Tagen mit etwas Gewinn. Ich versuche jetzt dann auch diese Option zu schließen, teilweise mit relativ niedrigem Gewinn, 50 Prozent, teilweise sogar unten drunter, um dann die Option wieder loszuwerden nach der Erholung und wenn es dann wieder nach unten geht, dann entsprechend wieder zu Optionen zu verkaufen. Aber immer mit relativ überschaubaren hier Beträgen für meine Depotgröße, sodass da eigentlich nichts anbrennen kann, was jetzt hier die Margin Call oder so irgendwas angeht. Und wie gesagt, hier zwei Optionen momentan offen. Und Wirecard würde ich zu dem Preis gerne nehmen. Aus der aktuellen Lage jedenfalls, aktuellen Einschätzungen. Und bei Facebook sieht es ein bisschen anders aus, wenn ich das Rad der Zeit zurückdrehen könnte. Aber das kann ich leider nicht. So, das ist im Prinzip meine Situation momentan, wie ich versuche hier da durchzusteuern. Das heißt, ich gucke jetzt einfach mal an, was weiterhin passieren wird. Und falls die Märkte weiter runtergehen, dann habe ich hier meine kleine Watchlist und da werde ich noch bei der ein oder anderen Aktie zugreifen. Wenn die Märkte noch mal viel weiter nach unten gehen, dann habe ich auch irgendwann mal mein Pulver verschossen und da muss ich halt einfach die Füße stillhalten und kann nur noch ein bisschen was eventuell mit Aktienoptionen machen. Ich bin aber darüber hinaus zuversichtlich, dass wie in den anderen Krisen, die ich schon erleben durfte auch, auch dieser Corona-Crash irgendwann überstanden sein wird. hoffentlich mit möglichst wenig Opfern, sowohl im realen Leben als auch hier an der Börse. Und dass es dann wieder darauf ankommt, dass man einfach die richtigen Aktien gehabt hat, dass man also erfolgversprechende Aktien gehabt hat, Aktien, deren Unternehmensgewinne langfristig steigen. Und dann wird auch irgendwann diese Krise hier in die Geschichtsbücher eingegangen sein, aber im täglichen Leben keine Rolle mehr spielen. Und sicherlich wird dann auch der eine oder andere sagen, hätte ich damals mir nur ein Herz gefasst und zugelangt, als alle anderen geschrien haben und Panik gemacht haben. Das war bisher immer so, weil bisher hat sich der Aktienmarkt halt immer wieder erholt, weil sich die Wirtschaft immer wieder erholt hat. Das vergisst man halt ab und zu. Ich möchte euch an der Stelle nochmal dran erinnern. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund, behaltet die Nerven und natürlich wie immer vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt und dann bis zum nächsten Mal, bestimmt in Bälde. Ciao. Ciao.